so ein kurzes video von on the road ich wollte mich nur mal kurz entschuldigen dass es heute kein normales video gibt das licht ist ja richtig scheiße sonnenuntergang dieses diese woche ist das reeperbahn festival auf dem ich gearbeitet habe und deswegen diese woche nur am mittwoch weil sie das video noch nicht gesehen habe zu legends lohnt sich angucken ich bin jetzt auf dem weg zum vivo event wie wo der musik sender online sender operieren fest und ab nächste woche kommen wieder ganz normal videos wie wo kennt ihr die sind mit die meist geschauten kanäle auf youtube ich bin gespannt was mich da erwartet film darf ich da nicht aber ich wollte euch auch mal ganz kurz sagen warum es keine kein normales video gibt ich habe einige videos in vorbereitung hardware und software gameplay und eine kooperation mit aber dazu nächste woche mehr okay dann wünsche ich euch ein schönes wochenende und nächste woche geht es ganz normal weiter